aber ich glaube ich glaube wir werden aber auch fürs schwein durchkommen also wir sind wir sind hier mit den zwei pläppers mit dem heiko letztens gut durchgekommen bis zum boss also jetzt habt ihr mich ja mit also von daher muss ich so positiv sein ja aber wir haben jetzt soll noch drei direktiven aktivieren dass wir gleich gut also wenn ihr immer schon immer schon sagen in einer in einer reihe steht oder also nicht zu sehr verteilt und so ist das ein bisschen locker spülen ist das ist kein problem kann einer grundsätzlicher mit schämmer dazu eine geben vielleicht noch ein brauchen wir sowieso links von uns der hund agend bis сознание schwecken auf panikmoldus agent sasteianie kritische alter prismerte wird doch gerade weg prismik auf жизнь und agente nicht Hebe die Erinnert hier, ui, blöde Sau So eine Ratte, Alter Wir holen den Donner mal Aufbauen, holen wir, was? Aufbauen, Heiko Hinter dir, Eiko, hinter dir, Eiko. Da steht er... Ja, hab ich nicht gesehen, aber... Was ich doch echt cool finde, wäre... ...wenn man auch... ...nur ne bestimmte Anzahl an Wiederbelebung hat. Was ich cool finden würde, wenn wir... ...wenn wir...wenn 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 wir... ...wenn wir...wenn 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 wir... ...politionsfissen. Angewögen Geld. Ja, denn...so haben wir... ...ein bisschen was verpasst, ne? Also... Aber...Title geht eigentlich. Okay. Also, ich find Title eigentlich bis zum Boss... ...leichter, wie im Zoo. Ja. Oder? Ja. Auf jeden Fall, weil... Du kannst immer aus der Deckung spielen, da. Die kommen alle von... ...die kommen alle von vorn bis auf... ...und... ...und... ...und da ist auch nur vorne und hinten. Ja. Weil du... ...im Zoo hast du... ...an manchen Stelle... ...dann hat er... ...Polixi, da ist der ganze Radar rot, ne? Ja. Ja. Okay. Ich werd mal auch auf... ...Dings gehen. Ach, jetzt läuft sie da. Falsche Waffe... ...und... ...Stressiger Start. Siehst du? Ja, ja. Ich geh auf Kokos... ...gweer. Haben wir noch einen Techniker, oder, ne? Na, wie man es sich um... ... lebt? Ich bin Techniker. Pascha. Ich hab'n Techniker drin. Derzeit. Ja... ...baut ihn heißen, ich... Ja. So einen, du willst... ...und ihn heißen. Oben auf dem Turm sind zwei Thronen-Moschees. Die Wege anvisieren dann mit dem Ding. Kontroll ist eine. Alles klar. Er ist bereit? Über die Automatisch, wenn er seinen Schuss noch marschelt. Ah, ich habe das Geschütz hinten. Oh ja, ich habe den Biss. Was ist denn da? Warte und rechts, Kumpana? Ja. Ich habe schon so geschickt. Ich muss nämlich rechts um die Thronen. Da, was ist das? Jetzt muss ich eine medische Unterstützung geben. Halt neben der Brücke steht der Heiler. Oh, ich habe eine Draunentosis bei mir da Achtung, ich habe eine Kompagne Ja, A-G, jetzt muss ich noch ein paar mich grenadier rechts von uns ach mensch wenn man vergisst den herd auszumachen das kann ja nicht schief gehen ist doch gar nicht verängstigt ist doch gar nicht verängstigt aufschroben ja nicht nur die zahnige rechts die zwei drohnen wenn er die er ist wo ist er auch da war nicht ich spiel Okay. Stop. Oh, I want to get to the stands, I don't know. I do not know them before. That's not bad, not bad. With their left. I don't know what to do. I'm going to get to the stands. What? Ich hab's noch nicht gesehen Ja, aber ich hab's noch nicht Nein, du hast noch nicht Der ist weg, fast Ja, ich habe es weg Was ist noch nicht? Nein, ich weiß noch nicht Nein, du sitzt da Ich weiß nicht Wenn der Dier sitzt da weil der loot ist gut hier kann man schön fälscher zusammen aber es ist ja nicht so gut was da drinnen da reingehen sind auch eine erhöhte position ich weiß also was ich meine da alle vier werden so so agend bezsosnanie agent ubit Shoulder rush none of us and need us. die originale die wahre wagen es geht nicht so wieder zocken wir haben viele gefeiert allgemein mal so mit altes was geht denn hier ich wollte eigentlich abwerben für 19 30 die könnten ich hätte ein bisschen so dark aus entspannte speeds ja ich denke mal dafür bei dh dabei das sieht so nach dmh aus die auch und um sie wieder muss auch mal rein einmal einmal ist einmal und kein mal ist kein ja allerdings auch hier ja weiß ich nicht aber oder das ist ja wie gesagt oder vielleicht ich weiß das ist auch extrem nervig das letzte mal weiß er hälfte vier jahre da habe ich auch schon mal mit 100 probiert das ist echt scheiße das ist schon eine richtig scheiße ja 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 okay ich habe mich ja nicht mal zum sonnen kommen also schon bei diesem steck nach jedem Ich weiß nicht wie es bei Alubis oder Heiko aussieht, oder bei Tuna Ich weiß nicht wie es bei Alubis oder Heiko aussieht, oder bei Tuna Das sind neue, dann zeigen wir Ja, danach meine ich Ja, dann auch in der Ruhe Jo, warum nicht? Lange her Theoretisch, alles Wie gesagt, ein bisschen die neue Pistole halt im Usen, ja? Ein bisschen ausnutzen, dass du halt jeden Buffer setzen kannst Halt down, halt down Wo ist der weg? Ja Wow Alter, der hat noch rückstaus So Ja, ich kann ja mal reingucken, ob er das ist So, bringen wir uns wieder nach oben Alter, wir haben ja nicht gesehen Was ist denn mit der los? Ich stehe erst mal wieder durch Euch noch guten Tag Wir haben noch ein paar Leute ab Jo, bis später Gestern haben wir schnell geworfen Haha Den Babo, ne? Aber ähm Ich hatte mich da auch vorher schon mal mit dem Babo trug und rein Das ist ja auch so Eigentlich hätte auch Bock und so Aber da hatte ich ihn halt auch vorgefahren So, ne? Dass wenn er zu uns in den Clan kommt, dann wird er woanders aber rausbeten, ne? Ich schaue das ja ja so, wir könnten mal bestressen, so Und deswegen ist er halt vorher nicht mit ganz viel zu uns gekommen Ja, der Geister hat noch, wer hat noch was gesagt überhaupt Okay Und zack, ja passt Wupp Was ist denn mit der los? Was ist denn mit der los? Was ist denn mit der los? Und an dem Nimm dich an, aufhören, Nimm dich an. Das mach ich nicht weg, mitten. Wir haben alle aufruft. Und da kommt keiner hier. Krieg irgendwie weg. Wo ist denn der blöde Heiler eigentlich? Hinten rechts war, aber wir sind deutsches Leben nicht sehend. Ich kann doch nur in den Scheiß Dreiecken gehen. Oben, oben, links, der hat schon fast... Ah, ich hab's nicht dran, ja, selbstverständlich. Oh, ich hab's erwischt. Sniper ist auch gleich daneben, Sniper ist weg. Weck, Sniper ist dann da und hinten da oben. Ich komm schon vor, oder? Ah, okay. Äh, ne, ich bevorzuge Damage, das mit nem Scheiß Skills hat. Gibt mir so viel Hilfe. Äh, ich hab's nicht. 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 Gefeiert das auf dem Sammler, wenn wir ein Fälscher Sett fahren. Hä, ne, bei Damage geht's auf jeden Fall in Highlane natürlich. Ja, ne, passt nicht. Ja, ne, bei Damage geht's nicht. In jedem Fall in Highlane natürlich. Ja. Du bist verloren Komm her, komm her, komm her Was ist der nächste noch? Wollen wir noch nicht, ja Wir bleiben da Ja, bis der erste Ding kannst du gehen Ja, da vorne ist noch Deckung Wollen wir noch weiter nehmen Wollen wir bereit? Müssen wir reingehen oder geht das jetzt? Nein, nein, können wir da bleiben Oder die erste Deckung, die da vorne ist Ja, aber besser hier, aber Ja Das ist doch so ne Geschütze, oder? Ja, das sind Geschütze da hinten, ja Achso, wie geht's sonst auch Hier ist doch schon nehmlich, ey Kann ich nur machen, wie sie Scheiße Ich hasse das Ja, ne, ne Fuck Weil wir auch weg fliegt, ne Fuck Rote Grenadier, okay Ich weiß ja nicht mal, ob der Vorher oder hinter der Deckung ist Ich sehe ja nicht voll Ja Wo geht's los? Ja Das ist ein Mal für den Heiderwerk von hier 050 Los Die Heiderwerkn Soooo Ich bin nicht sehen Das Beste braucht sich so zu bringen Das Beste braucht sich so zu bringen Das Beste braucht sich so zu bringen Warte, darf er mal wieder vor Das Beste nervt jetzt echt Ja, das ist scheiße Du kannst nicht mehr mit dem Helium Ich werde ihn schnauern der Tür Das ist er Ich hab die geschützt, jetzt haben wir geschlossen die zwei Die kommen nicht besonders, oder? Normal stürmen die komplett vor. Redi kommt. Redi kommt. Hier ist ein Heiltone. Outfresser. Wir jubeln eine seriösne Renninie. Eiflich. Es geht ja leicht, oder? Ja, ich habe das Gefühl, jetzt fallen die... Komplett leicht, kommen wir jetzt vor. Nicht aufwarten, nicht aufwarten. Nicht aufwarten, nicht aufwarten. Ja gut, ich meine, wenn du bis zu sieben Millionen nicht aufwarten. Warn, komm zurück. Warn, komm zurück. So, kein Schick. Ich weiß nicht. Entweder du mich. Das ist halt die alte Regel. Der war jetzt aus. Hast du da Teigo? Ja. Nächste Heli kommt. Aufwand. Geht's. Aufwand. Geht's. Aufwand. Geht's. Auf jetzt. Aufwand. 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 Ich schieße schon in den Boxer, aber ich komme nicht in die Bütze. Vorsicht, überlegt, überlegt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, vielleicht schaue ich euch später noch mal rein. Wenn ihr drüber mit Brocken unterwegs seid, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Hoffen wir sehen. Alles klar, bis hin. Komm zurück, ich hab hier. Dann geht's mal. Wir sind aufstehend. Ja, wir sind in der Stufe zu machen. Ich verwende euch die Kohle nicht. Ich bin jetzt gut. Ich finde es noch etwas. Ja. Das war Lilla. weg eine ziehen dann komme ich nicht ran ich kriege ihn ist ja klar weg ja und 0 ok 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 So, für diese Instanzen müsst ihr euch merken, hier ist die Kiste, oder? Hier ist die einzige Kiste. Du musst immer hier zurück, wenn du mit ihm brauchst, oder? Da kommen ziemlich viele Rezards. Ja, Sexwellen. Oh, Sexwellen würde ich spielen. Sobald wir hier unterspringen, nicht unterspringen, sobald wir hier unterspringen, ist es los, oder? Okay, die Tür aufhören. Sobald wir hier das Ding unterspringen, ist hier stark. Ich habe Rückommunikation zu wollen. Ja, sehr gut, fast. Aua, aua, aua. Einer müsste hier gespringen. An rechts, kein rechts rum mehr. Aua, walsch. Und der andere muss drehen immer ein bisschen ... Holt, 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 holt. Genau, auf das habe ich gemacht, auf die Tür schaut. Das Beste ist, wenn der Heiler oben stehen bleibt. Okay du schießt. Näh, der schießt dich. Der schießt ja. Ich bin nicht so weit vor, du bist ja. Da haben sie mich mit einem nötigen Vorkommenskrieg. Die besten von hier hinten kämpfen. Richtig kürzhaft, brauche ich hier Hilfe. Das richtigste ist Hinterpanzer. Ja. Vielleicht in 4.000, Heiko? Ja, ja, das steht doch vorne auf der Seite. Ne, ich mach mal Overtrag. Dann habe ich noch einen Wettbewerb. Die Kanteien. 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 Ich bin der Kanteien. Das war's. 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 da ist er doch ich kann an den sack ich habe nur eine 46 kugel jetzt ist relativ ruhig ich war immer so ganz hoch ich spiel schon mitgewehr stell vor ich würde hier mit ae spiel hast du keine schutz vor allem sind die munikisten aber nächstes kommst du zur munikisten mit der nächsten sequenz kommen wir zur munikisten ja die ganze welt ist du musst es was oder so heilung liegt mir heilung daher heilung nicht Was ist das? Was ist das? Das ist eigentlich so eine Lille Heilung, oder? Was ist das? Beknecht, Leute. Beknecht das? Nach einem Weg. Geht, dich an. Ich geh noch kurz, er hat 30 Reihung, ich geh noch kurz nur den Hund. Aufraten. Ich glaub das war die letzte. Guck mal, da ist ein Geschütz. Da brauchen wir jetzt bei der nächsten Muni. Ja, da kriegen wir vorher noch Muni. Aber nur, sobald man drüber springen ist Muni, da gibt's keine Kisten. Aber was wir jetzt bei der nächsten Sequenz brauchen, ist auf jeden Fall einen Jammer. Weil da kommen die Hunde und die Roboter, die überrennen und sonst. Ich kann mich nicht mehr reinnehmen, das ist nicht das Problem. Ah, ich werd da... Nein, du lässt den Heiler rein. Eine Hardware-Z hab ich da nicht mitgegangen. Hat wer einen Traum in den Killer-Set mit da? Nee, hab ich das letzte Mal jetzt gerade runtergenommen, hier den blauen. Ja, aber sonst auch alles wurscht. So schlimm ist es nicht. Nee, eigentlich sollten wir's schaffen jetzt ja. Das haben wir jetzt auch recht, recht easy. Ja, ja, warte, ich hopf dann schnell zurück. Ich hol mir noch einen Techniker von der Ausrüstung her. So, wenn du... Ja, wegen der Immobilität, ja. So. So. Ey, naja. Passt. Ja, und die Granaten. Hau ja auch die EMP-Granaten im Notfall, ne. So. So. Passt. Ja, und die Granaten. Hau ja auch die EMP-Granaten im Notfall, ne. Ja, der Puls. Und, äh, hat noch einen zweiten Puls drin vielleicht? Statt Schütter oder was? Oh ja, ist jetzt los. Ja, kann ich machen. Dann muss ich halt durch. Sicherheitshalber. Ne, ich kann auch. Ich kann Puls reinnehmen. Und für die Gegend... Wir spielen ja aus der Deckung hinten im Prinzip. Wir bleiben hinten. Okay. Bleiben wir hier hinten, oder wo bleiben wir? Ne, wir müssen rüberspringen. Ah, okay. Und dann kommen wir aber nicht mehr zurück, ne. Das ist das Problem. Ja. Und ich werde gleich am Anfang gleich in den Oberschart setzen. Und werden wir halt vor dem Deckung bleiben, ne. Los. Ja. Ja. Alles klar. Einmal geschützt vor, da auf dem LKW. Ich muss sowieso triggern gehen. Also wir bleiben in dem Bereich da hinten jetzt. Alles klar. Hier ist ne gute Position. Ich bin der Lubus. Eier Thunau. Da wo ich bin auch so, hier hinter den Gästen. Habe ich gute Sicht auf beide Spawnpunkte. Alles klar. Ja. Ich muss doch gucken, ob ich euch kriege. So kriege ich euch. Wollen sie? Jo. Aber es ist ein bisschen Bewegung, glaube ich. Ach, schiebt es jetzt? Ja, sehr gut. Oberschallschall aus. Okay, noch ein paar Drohnen vielleicht. Deinem Wunsch wird sicherlich Folge geleistet. Mhm. Und Drohnen kann man nie genug bekommen. Nee. Da kommt schon der erste Ding, die ersten Panzer. Ja. Ja. Habs gut. Ich jammer die, wenn sie seit her kommen. Auf die Kälte schießen wir, sonst hauen sie mit ab. Ich schieße weiter. Okay, der erste ist hin. Draunendussi. Links ist er. Draunendussi. Ja, zu drunendussi. Ja, zu drunendussi. Zu drunendussi. Aufwand. Ah, ich hab den Falschmult drin. Nächster Panzer kommt. Achtung. Jetzt steckt der Gleitzahl dahinten, muss ich sagen. ich kann es aber nicht hin Achtung, nächster Kumpen Das ist gut, dass das geschützt ist, so richtig schön von hinten Nein, nicht weiter Der ist auch gleich hinten drüben Nächste Welle kommt Die Bauten haben einen Stoffel Ich bin sicher, ich bin sicher Ihr habt einen Bauten Der ist ein Bauten Die Bauten sind oben Nein, die Bauten sind oben Ja, ja, das ist oben Mit mal was ich da weiß Oh der drücksteht er runter noch Aufladen Keiner hier Du hast einen Hidler Oh der drücksteht Der drücksteht Der drücksteht Ja ja Ach, der drücksteht Agen, du brauchst Na, komisch Sahne weg Kommt schon die Lubschrauber durch Hier, jag die Drohnen, du sie mal aus hier dahinten Ich hab nicht mehr vieler, wo sie rein können Lass die jetzt weg Links eine Drohnen-Dose Ja, bald ein Angebot Ich merk's doch Böse nicht mehr Kommt ich Ich mach jetzt nur halb auf, Sekunde Jetzt kommt ich nicht hier Da steht noch ein Grenadier Ich komm nicht ran Oh, keine Muni Wir haben eine seriösne Reinigung Nachzeit Warte Äh Ja 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 Schaut aber gut aus Wir schießen aber nicht hoffnungslos Nein, passt alles Was bisher Das beste Kombo DPS Achtung, da kommt noch was Irgendwo ist Oder war das nur der Hubschrauber vom Programm Nein, die sind hinter der Tür glaube ich Ah ok Ich seh jetzt solche rote DING Aber Ne, die kommen Ja, ein Zug Kein Risiko Ja, lieber nicht Ne, ne, ne Das ist hier Wir haben das echt so ausgespielt Das dauert nicht viel lang Nicht allzu lang Das kostet nicht so viel Oh mein Gott Und ich hab freeze Ein Heiler Ist ja toll Also quasi durch und durch Techniker Ne, ne Ne, ne Wir spielen mit einem Techniker Zwar Damage und ein Heiler Eigentlich Und? Oh, Dicker Kommen wir mal drüber Ja, da ist Ein Heiler sitzt links vorn Wenn es den ticst No man Ja Der gehört auf jeden Fall dann durch Kein Kommt den Kommt mal zu, was ich jetzt heute Tuner, Sergeant Ist nur da eine dicke Sonst ist nix noch Der ist schon weg Der ist weg Der ist weg Der Heiler wird jetzt bestimmt hinwollen Ja Oh, da kommen noch mehrere Ist rein da Bestimmt da hinten ist noch so ein Healbox-Tuby Pass Ja Ah, jetzt kommt er Ist schon unterwegs Der stellt die Healbox für sich Läuft bis zum Rand Läuft bis zum Rand Und dann stellt er eine neue Und dann braucht er auf jeden Fall Er steht dann kann er das mit never Ich habe Mit Schweiz Ich habe ja das war's hat sich auch eingetragen heute haben wo hat er sich eingetragen hier für 21 uhr sind wir eh nicht genug außer natürlich ist es genau bisher sind wir drei da ist jetzt eigentlich nichts wildes da kennt ihr eigentlich ist da jetzt überhaupt was erst nachher ja jetzt eingang zum schiff erst vor dem racerback das ist ein schuss aber wir sind schon so sehr bergert ach ihr seid ja schon fast am ende da halt bloß nicht vergessen dass da wieder eine welle spawnt wenn wir drin sind genau, Dave du musst vor dem racerback dann stehen bleiben bitte und sagen wenn der hubschrauber kommt weil wir die erste welle vor dem wegputzen im racerback da hinten auf der rampen dann kommt von hinten der hubschrauber das glaube ich hilf mir auch nein nein beim eingang vom racerback wenn wir fort sind da ist eh alles klar ev أو high des zur RIikum er therefore wenn . im Oh, geht immer B, Alter, die kann nicht missen. Oh, geht immer B, Alter, die kann nicht missen. Ja, das ist ein Schaden. Ich habe noch einen Knicks. was war los? was war los? состояниe kritisches agent, we will destroy rechts ist der Banzer srочно, trebuetsse medizinskaya pomoosh da hat der lichtbockt ganz kurz mit geholt alter Panzer kommt das auch mal in den Kopf ob man will am Ende oh ja die 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 wie Achtung, Granatier! Warten Peck oder Granat hat er dann abgefroert. Flicker! Ja! Heal-Bops hier genug! Ja, die schon die ganze Zeit da. Das Problem den Scheiß-Drohntypen wegzukriegen. Boah, wieder abhalten, sage ich! Ja, das ist jetzt ein Geschützverter. Links ist einer, Scha! Bulletin! Bliem, nur Jack! Du hast一下 eine dritte Schall. Was ist zum Schall abgerufen? Gerne, bitte! Entweder in Gold, oder? Es wird wohl... Agente, выбyl aus Trocken! Keine Chance, wo andere Hilfe rettet. Ich habe Schalltag, dass sie das ... Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Wir haben auch noch ein Röhrer. Ach, Tender da. Gelbe. Gute Sekt. Lass mich noch ein Sicherheitshalber Munition holen. Ja. Träger und so NX, solange man halt einigen, ist ja wurscht. Ja. Also Alfa ist viel Munition, da muss ich gar nicht mitgehen. Ja. Das wird vielleicht legendär, weil ich wusste, ja. Nein, Entschuldigung. Ja, das ist das Problem bei legendär. Vor allem die letzte Frequenz, wo du zu keiner Box kommst. Ja, also... So, du haust der Hillbox und sagst einfach vorne an die Wand, Tep. Wie an die Wand? Da vorne hin oder? Da vorne an die Wand, dann heilt sie links, rechts. Und du bleibst aber da stehen. Kannst dich von da aus auch heilen. Und achtest, dass hinten der Hubschrauber kommt. Wenn der Hubschrauber kommt, müssen wir sofort zurückrennen. Sonst sind wir da im Rücken. Okay, alles klar. Gut? Okay, einer links, einer rechts. Und die haut die. Ja, da zwischen rein. Hey! Hey! Hey, der Hubschrauber ist links. Du, Jungen. Hit? Jupp. Wenn der Tiere... Hehehehe. Du bestimmst dich, die legendär sind sicher die debatten Drohnen, oder? Laufen wir ihn ganz nach unten oder bleiben wir einfach hier stehen? Nein, zum Eingang zurück wieder. Okay, also. Wo wir gerade vorher gekämpft haben, im Prinzip. Okay, also. Mehrfach. Müsste jetzt gleich kommen, die Welle, also der Hochschlauber. Kommt, 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 kommt. Kommt, so kassi. Machen wir oberpack. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Ja, passt ja. Der Dicke ist reingerannt, ja. Jetzt können wir schon wieder reingehen. Kommt von hinten, nix. Wir sind ja auch ne Welle. Komm her, du blöde Sau. Der Dicke steht halt noch drüben, oder? Mhm. Ja, der steht nicht drüben, der guckt gerade. Fuck. Aber der hat keinen Rucksack, den Rucksack habe ich ihm schon weggeschmissen. Oh, den habe ich gerade. So ein bisschen rechten, der Seilgang 2. Ich schau auf die Ecke. Ah, ist der Zweiter da, ja. Kopf ist gleich. Ja, Kopf auf der rechten Seite. Ist gleich so weit. Ja. 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 So, das ist ne Anzeigefälle, ich wollte das sagen. Ich hab das so ein Handy. Ja. Ja. Easy. Sehr gut. Sehen wir schon mal am Boss, oder? Kriegen wir Moni? Ja, jetzt sind wir schon am Boss. Ja, ja. Du kriegst noch Moni. Einmal darfst du nur holen. Das war's dann. Also schön die Tasche vollstopfen. Soll ich mir für die Kästen sicherzahe ne Kugelhülle mitnehmen? Oder einfach raus? Ah, wir schießen gar nicht auf die Kästen jetzt. Wir machen jetzt im Prinzip immer nur die Ads. Okay. Ja, weil wenn du die Ads hast und auf die Kästen losgehst, ich glaub nicht, dass du das... Ja, okay, das ist verloren, ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall safe point, ja, also. Ja, jetzt können wir wipen. Bisher, first try ist der easy peasy. Das war keine Aufforderung. Das war nur eine Hilfe. Dann müssen wir mal Pipi machen gehen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Bis gleich. Ja. Weiß ja nix mehr, gerne nachsame Schwung aus. Ja. Wie schwimmen wir es? Links, oder? Mach ich nicht. Willst du da ausgehen, was? Ja, entweder von draußen links fahren, oder von drinnen. Probieren wir es einmal von drinnen, oder? Ich dachte, wir versuchen drinnen mit Haider mal. Und wenn es anders geht, dann gehen wir links vor. Ja. Und dann brauchen wir einen Tank, weil der möchte noch Haider, ne? Ähm, ja. Wenn ein Spray an Haider mit Gründen... Ja, warte mal kurz mit dem Ding, mit dem Reinlaufen. Ja, ja. Passiert ja nichts. Andere müssen wir kurz auf die Pipi-Boxen. Ja. Solange Heider ist Gründen... Ja stimmt, wir können ja, wir können ja da hin und müssen ja noch ins Dritten. Ich seh dir nix. Dann wird er gebotet, direkt hier. Gift, Granat, Droning. Das ist scheiße, ey. Ich muss nochmal runter. Wir sind da von drinnen. Wie gesagt, wir ziehen die Bühne ein. Klinge bäh innen drinnen. Und dann, wenns Öst, dann gehen wir raus. Und wenns nicht funktioniert, dann geben wir halt nach den Freunden in den Grund... Oder zuerst. Wir werden jetzt viel Zeit haben für den Fokus da, gell? Fokus ist vielleicht gar nicht super kett. Ich hab mich nicht erwalten, ist ja kein Weg. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Also da ist Gift drin, gell? Anobis, in dem Raum dann. Ja. Wenn du einen Pult stehst, kriegst du keinen Schaden. Auf dem Pult oder am Pult? Am Pult. Also wenn der Heiler nichts hat und du gehst am Ende zu, dann springst du dir ganz einfach auf, wo ich stehe. Vorsicht, manchmal hüpft man einfach durch die Scheibe raus. Ja, du bist draußen dann. So ein bisschen ist ein Fehler. Ich bin letztens zweimal auf einmal vor der Scheibe gestanden. Also ich darf hier stehen bleiben. Ich darf hier stehen bleiben, weil ich wohne halt. Genau, du bleibst oben. Äh, ja. Also die Geschütze bringen die ziemlich schnell um, wenn du ins Visier kommst. Aber von dringend kann da mal nichts passieren. Passt. Kann ich die Dinger ausschalten, alter? Naja. Das ist jetzt den ersten Gamer mit der Regulus. Kann ich die Dinger ausschalten, ne? Ne, ne, alter nicht. Der ist hier kein anzigen Ett oder? Ja, rechts sind voll jetzt. Ja, rechts sind voll jetzt doch. Beim Zettel. Ne, Nept. Warum? Dass ich ihn nicht. Es gibt eine Medizinische Hilfe. Agent zu töten. Ich hab eindeutig an meinem falschen Impulse drin, hab ich gesehen Ich hab ein Problem Was denn? Hals ist verdammt Macht nix Wer kommt wieder? Es dauert noch eine Zeit Das passiert der Öfte, ich glaub das ist gut Wir haben meine Dage Wir haben eine Seriösung 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 Ich hol dich schon Nein, mach Okay, nix Links kommt einer Boah, manche, die verfortschuldet mich da so, dass hier der Scheiß Komm rein durch die Tür, komm Naja, keine Mistrate Aua Aua Weg Was Das ist das ist Nein Nein Was ist das? Problem ist, dass hier auch noch keiner ist, okay Nein Da kommt ein dicker Dings, gell? Langsam oder sicher? Nein, du brauchst Hilfe. Kommt der Land, glaube ich, oder? Da ist eine Kommand. Post ist braken. Achtung, Nade. ich bin draußen sind das nur wie jemals die kritische und wieder wir sind ja ja, ja, du musst Hilfe du musst, du musst Hilfe du musst, du musst, du musst, du musst du musst, du musst das amt ist scheiße 1 land, heil, heil jetzt 4 fire alt ok, wir holen oh nate, f*** helft du weiter ja, genau Alter, du Wichser, ey Alter also, ob er schriechend hat, oder die Mistzahn, die dreckige, hä oh, ich krieg eine Drohne und die andere ne, man da, ich komm nicht mal zum nachladen ja, bock mich genau da oder, schier's auf, schier's aufm grenadierlinks so, stay fast, ja ok Kladier ja Alter Alter der steht so im Heilkreis wirklich ui, ui 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 u u u u u u u ja auch ein agente eine rückwärts aufbauen Das war die Hüfte. Ohne Säcklings? da ist irgendwo eine heiler drohne bei uns hier drin jetzt kommt ich glaube ich weiß nicht ob ich nicht doch auf dem techniker wechselte was draußen die drohnen wechseln weg schieske mit dem geschütz ja könnte helfen und vielleicht ein paar kohlemin ich glaube ohne und schockfalle an der tür wäre ich nicht verkehrt dass wir eine tür mit schockfalle überwachen und die andere tür eben bearbeiten also war sie geschützten in schockfalle weil ich auch nicht schlecht was man kann weil hunde sind es nicht so viel nein nein das ist ein pulsen war in der türkis der schlimmste hier schockfalle und ging an die tür immer wieder schockfalle auf dem eisen ich glaube das wäre das beste sein was machen kannst wir können mal spaß selber aufmachen und einfach mal aufhören nach links freunde gucken was da ist kannst du mal einen obertschatsch machen ja ich mache es gar nicht ich bin aus dem spiel draußen ob mein heif ist im kuhl dann finde ich voll lässig schockfalle willst du haben wir können ja mal spaß selber einfach aufmachen und mal links vorlaufen mal gucken was da ist wir stehen können wir ja nicht ja einfach mal hier aus und einfach kannst du drei wollen auch ganz ja ja ganz in den zweiten ist ja hintermissen container ja müssen wir dann nur rechts und links die türen beschützen und von oben kriegen wir halt kein damit keine ja ja dann probieren wir mal aber cover to cover ja ja klar gleich gleich einen puls ziehen cooler oder ausgehen wahrscheinlich ist es nur wieder mal im kopf du bist schon dauernd bevor es da sich holen für das hier da gibt es nur noch eine Hilfe aber hier ist so ein bisschen der zugang ist das ist okay, aber wir können nicht mehr so ein wenigstens kommen aber wir können nicht mehr so ein wenigstens kommen Achtung, links kommen wir uns. Rechts kommen wir uns. Ja, Kunde. Huch, Schock. Achtung, Achtung. Wir haben uns das geschützte Herkstelle rechts. Oh, Sniper holt. Ja, gehen Sie. Kommst du ja? Ja, komm schon. Der Sniper holt mich diesmal weg. Da sind wir wieder drunter. Ah, das ist ein Scherl. Drohnen Lisi oder sowas gleich hinter. Ja, Drohnen Lisi. Dicke, kommen wir. Oh, oh. Oh. Ja. 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 Das ist ein Schitzerwerk. Ich glaube, wir haben den Rucksack weg. Passt. Wir machen einen dicken Tausch jetzt. Hier sind andere dort. Ich habe schon keine Munition mehr, Alter. Geil. Das finde ich aber nicht so witzig jetzt. Ja, wir haben noch 30 Schuss für die Skopje. Ja. Ne, wir haben die Kugel her. Wie ist das wurscht? Kriegst du uns einen Doggy? Macht nicht mehr viel, deswegen. Ja. Ja. Ist das? Wir tragen den Ingenieure. Ja. Ja. Drohnen von rechts. Halt den Halt. Und da ist ein Heilkoffer. Der ist komplett. Gaga. Mal schauen. Links Drohnen. Und da sind wir nicht. Du kannst selbst mal erfüllen. Da kommt einer zu euch, kommt einer zu euch. Ich kann nichts machen. Auch mein Geschütz ist hin, wir schießen die Dinger zusammen. Da hinten ist der Dronendus hier und der Heiler. Der Dronendus ist hin. Da schießt eine Heiler, ist das okay? Ist das jetzt da drüben und den Koffer hin oder raus? Nein, ich kaufe auch nicht. Ich kaufe auch nicht. Das ist eine kritische. Ich brauche nicht. Aber sie ist aus der Deckung. Der Dronendus ist weg. Ach, scheiß Kombination. Ein Heiler und ein Dinger. Und ein Müller-Bürger. Ein, der Dronendus ist weg. Ah, hilf. Der Dronendus ist weg. Die Dronendus ist weg. Schau mal, ich stehe hier und der mit der Krawatentreft, Alter. Ich habe einen Pflanz. Dafür habe ich ihn jetzt gekellt. Da kommt einer zu euch, der ist gleich hier. Rucksack ist weg. Aber ich komme wieder. Der Dicke hat keinen Rucksack mehr. Einer, rechts. Er ist rechts, rechts vor uns. Der ist hier drunter. Nächster. Die Grenadierer sind ein Wahnsinn, Alter. Du kommst nicht von der Stelle weg. Richtig, ich bin halt hier rechts. Safe. Ja. Oh, jetzt kommt sie aber hier. Wir müssen ein Geschützer ausdenken. Wo siehst du denn los, Alter? Melanchter. Verstehst du das? Die Grenadierer sind nicht richtig. Doch, die haben erst los. Die Grenadierer werden. Trennen sollen. Ja. Die Grenadierer sind außerhalb da, in der Gegenadierer sind. das ist hier drohen von rechts ich habe keine wunde ich habe versucht waffe zu wechseln ich habe einen dicken dach ich kann mal das mit der wunde ist scheiße Aua! Lass ihn heil reingabbeln, den hab ich ja nicht so fanden, also... Heil! Aaaaah, scheiß noch so mit der EF! Hehehe! Die stehen wohl in zwei! Du selber! Ja, jetzt sind wir hinten. Wunder bis zur Letztin, der Neuerung, glaube ich. Ja, warte! Das ist reingabbeln! Ja... Das ist... Ja, das ist... Ja, ohne Muni ist doch kacke, Alter. Und rechts kommen wir nicht um mich wahrscheinlich, gell? Du hast nötig, Muni! Du hast nötig, Muni! Doch, auf der anderen Seite ist auch... Aber da... Da ist, äh... Der Container hat halt drei Öffnungen, ne? Aber wir könnten es vielleicht schaffen. Ja, der hat eine riesen Öffnung halt, ne? Der ist nicht so entdeckt wie der andere. Aber der andere, da sind wir so eingeklemmt. Da tun wir uns leichter von drinnen, finde ich, oder? Ja, ja. Müssen ausprobieren, ja. Also, was noch ist, Neger? Ja, draußen bringt nichts. Siehste, gehen ja leer mit Muni. Ja, ne... Äh, Tuna, hast du Gewehr, oder was gehst du jetzt? Ähm, ich spiel Gewehr, Gewehr und Scorpio. Ja. Ja. Ich hab jetzt nur gewechselt, schon mal auf Sturmgewehr zwischendrin, und dann wollte ich ein... SMG reinnehmen. Als man die Muni ausgegangen ist. Ja. Ich bleib aber trotzdem auf dem... Techniker. Dass ich es geschützt draußen hab. Hinten, rechts ist keine Kisten, ne? Rechts ist ne Kiste. Rechts da drüben beim Container ist die... Da ist ne Kiste, eine Kiste mit äh... Aber der Container ist so sehr offen. Ja, der ist halt komplett aufgeschnitten, alle... Die breite Seite, die beiden Seiten, ja. Da ist halt nur Deckung, und das war's. Und ein klein bisschen Deckung ist aber halt nicht... Probieren wir's. Vier Leute wird schwierig. Also, bleiben wir hier. Okay. Ja, ich... Also, ich bin der Meinung, dass es da sicherlich ist. Also, bleiben wir hier. Warte mal, ich mach mal noch... Statt... ...gestütz... ...oder, statt... ...ding so ein bisschen... ...gestütz rein, oder irgendwas. Irgendwas, was die ein bisschen ablenkt. Ich bin schon wieder rausgefloppt. Dann geh ich mal gucken, was davon weg ist. Der Scheißpult bleibt stehen. Keine Rückminder. Nice. Hier ist auch ein Container, direkt da rechts, ne? Ja, hier. Hier direkt neben dem Ding ist auch ein Container. Ja, hier. Ja. Von hier aus kommt man vielleicht einzeln auf Summonie. Das ist aber schon, dass ein Schildsermin jetzt uns gerät. Komisch. Somit laufen wir, landen uns nicht. Wurde mich. Bis hier hinten? Da, wo ich jetzt liegen. Im Container. Ja, okay. Okay, okay. Hey, weiter. Jetzt bin ich. Okay. Alles klar. Ja, okay. Ja. 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 Mag ich sehe mich. Ja. Also hier hab ich dich auf jeden Fall heimgeschüttet, wo ich bin. Ja, jetzt bin ich da hinten, ja. Ja, wo ich bin, hab ich mich heimgeschüttet. Und ich werde da bei der Mondkiste, jetzt. Ist hier eben mal eine Mündekiste, ne, ne? Doch, da beim Heiko. Doch, bei mir. Übrigens ist da auch die Geschützscheiße. Aber du kannst echt nur da hinten drin stehen, weil sonst... Ne, wir bleiben drin, wir bleiben drin. Ich find das voll geil, wenn die Granaten trifft, dass du verwirrt bist, dann das Geschütz auf dich schießt und da runter mal hinter dir ist. So, ey, da. Das kommt schon aus, ich bin mit dem Furs herumgekommen, aber... Das kannst du echt nur in Pausen machen, wo die das nicht weg sein kann. Schreibe ich nicht. Du musst Hilfe. Ne, ne, also nicht. Ich habe hier... Also Technik, also... AG und Priswirt sind. Das ist das einzige, was du gehst. Ja, was das machen? Ja, Artillerie-Geschütz. Ne, gehen wir nicht drauf. Bevor ich überhaupt nicht anvisiert habe, um das Lauf zu schießen. Mach doch keinen Schaden. Ne, das sind normale Techniker vielleicht, aber... Das Geschütz zu 280.000 Schornbord und der Grenadier 760.000. Ja. Wer von euch hat einen Techniker oder beziehungsweise irgend so ein Distract-Ding? Ja gut, du machst keine Heiler, ne? Nimm doch mal einen Decoy rein. Und schmeiß den irgendwo da draußen hin, damit sie auf den Decoy gehen, damit wir vielleicht unsere Feuerkraft auf die konzentrieren können. Von mir aus auch hinten, wenn wir links in dem Container drin stehen, einfach vorne irgendwo zentral einen Decoy hingeschmissen, der lange steht. Damit die ads auf den gehen und wir uns schön alle an den überladen können. Ja, cool down. Sechste, glaube ich... Sechste Sekunden. Sechste Sekunden. Sechste Sekunden, ja. Vielleicht, ich meine, vielleicht funktioniert das einfach, dass die dann auf den Decoy losgehen und wir können dann gemütlich hier schmatz... Also sag doch, ich wollte ja spielen, können wir da draußen. Ich bin nochmal hier drinnen versuchen und von hier aus zu DPSen, oder? Ja, also ob da geht und DPSen, oder? Ja. Also DPSen müssen wir sowieso haben, Skill bringt die gar nichts, weil die überrennen uns dann so oder so. Ja. Ich ess mal eben schnell, bin gleich wieder da. Ja. Highlight, zwei DPS und... Ja, ich kann die trotzdem unten reinhauen, das nicht durch reinmarschieren, ne? Ja. Das Geschütz soll ja unten hin, oder es darf von anderem Geschütze ja nicht oben werden. Ja, boi, wir machen mal, ist ja recht. Ich glaube dann. Geht los. Ja, ja. Wie macht ihr den Overtrag? Warte ein bisschen, bis es geschützt wird. Ja, das ist irgendwie, ja, ja. Ja. Das ist das blöde, weil das Geschütz, das Hauptgeschütz macht meinen sofort hin. Ich glaube, soll ich das hinschmeißen, oder? Dass er das nicht trifft. Ja, ist ja klar. Ah, ja, ja. Ah, jetzt ist das Geschütz auch weg wahrscheinlich. Fuck. Was ist das? Irre. Ich schaue es bei der Tür aus, ihr bist schon hin. Aber geil war es ja vorher, ne? Weil... Ich bin gleich in der Tür. Das, wie sie jetzt voll an die Körern haben, ok? Alten, ja. Das ist ein bisschen, was ist kein bisschen. Und da ist das nicht mehr so gut... Ah, nein, das ist nicht mehr so gut. Aber ich hab's noch ... Wir müssen die Runde hin, wir haben doch einen Tuner noch mal in den Zehn. Bitte? Na deinem. Kommt leider nicht hin. Der Pult. Wir sind da schon clever und stehen da weit genug weg. Auch nicht mal dazu damit ausdenken. So viel Schaden. Normalerweise muss man hier was anderes wie Wachsamkeit haben. Ich denke mal hier würde ein Begleiter sein oder so. Weil wir sind eh ständig zusammen. Wenn wir den, wenn wir die Wachsamkeit haben. Noch habe ich Wachsamkeit, aber ansonsten. Das Zeug scheint wohl nicht Wachsamkeit wegzunehmen. Ja, wo, 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 wo. Ja, ich gehe. Ja, ich gehe. Ja, ich gehe. Ich gehe, ich gehe. Ich habe eine серьезste Schade. Ja, wir haben zu machen. Ja, ich gehe. Ach, ja, ich gehe das. Wir müssen uns machen. Wir müssen uns aufgerufen und uns aufgerufen. Vach, also? Ich bin sehr gefährdet. Was hab ich jetzt? Ah, das scheiß Gift! Achtung, da kommt der Treiber! Achtung, da kommt der Treiber! Oh, was war denn? Oh ja, geht kaum mehr. War vorbeigehen mit der Tür. Haben wir keine Heilung mehr? Ach so! Kritticheske! Agent, bezsosnanie! Aaaaaah! Aaaaaah! Achtung, da ist weg. Achtung! Achtung, da ist auch noch ein paar. Safe, heilen! Ja, das war's. Ich erinnere mich noch. Achtung, da ist der Reimer und Obercharge. Der Reimer kommt hoch, glaube ich, im Gelbe. Hier ist ein Heiler-Links, Heiler-Links. Oh mein Gott! Der Bluetooth-Shard in der City ist sofort aus. Ich erinnere mich noch. Achtung, da kommt man nach oben. Habt ihr bei euch auch so ein komisches? Ist das jetzt durch das Scheiß-Zeug hier, das ich nicht sehe? Nein, nein, das ist normal. Da kommt jetzt ein Heiler-Rack-Dafid, den brauchen wir. Da kommt jetzt ein Heiler-Rack-Dafid, den brauchen wir. Seid ihr beim Boss? Ja, ja. Okay, wir sind dann still nicht kurz. Wir machen den Schwanz-Zeug. Na ja, was schön ist. Das ist eine gute Sache. Hei, 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 hei. Ja, ich bin da. Agent, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Dreck-Skanal. Ja, da ist ein Netz drin. Achtung. Agent, vergib. Da ist ein Heiler! Ok, den hab ich erwischt einmal. Aber der Dock ist noch da. Agent, rein. Du musst mit der Heilung relativ sparsam umgehen, Dave. Der ist ja nicht geil, was du hast. Was? Du musst ja noch mal machen. Du sollst... Dann müsst ihr mich einen Schaden nehmen. Tut mir leid, das ist gut durch. Ja, aber nicht geil, weil sonst... Der geht dich sofort aus. Ja, okay. Nee, du spürst du Techniker spüren, Heiler. Ja, mach ich. Oder spür Damage, ist ja scheißegal. Warte, 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 warte. Ja, beschreib sich Shin so, ja. Das ist richtig! Eine Helle. Ja, was ist ja auch in Ordazung? Okay. 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 Moment, ja. Okay. 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 Выявлено серьезное ранение. Агент при смерти. Здравствуйте, жертвы за медицинские помоги. Аххахстан. Хом entities i have in rather than in this one thing. Der Heiflick ist da noch mal. Ja, wo ist er los? Achtung, rechts! Geweckt da drüber, Nobis! Geweckt da drüber! Alter, ein Hit! Und wenn da was stehen bleibt, lootest du aus! Danke! Geweckt da drüber! 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 Ja, ja! Okay! Na, ich hab einen Overcharge gemacht! Das hat ausgeschöpft bei deinem Bulldown! Ja! Links, Hunde! Okay, einer ist weg! Geweckt da drüber! Geweckt da drüber! Ne, 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 ne! Sie haben zurück, ey, passt! Also, wir! Da ist ein Heiler! Echt vorne bei der... Es macht geht, es macht geht! Es macht geht, es macht geht! Geweckt da drüber! Ja, überwiegt! Weißt du, was das Problem ist, dass du schnell dort bist, Dona? Du hast keine Lebensenergie! Ja! Weil der neben dir das gibt da drüber! Versteigen, nach Schritt für die Übung! sistemas zu erkennen! Ja! Ich hab mich nicht mit einem Schwerpunkt geschätzt! Ich hab dich auf gewonnen! Och, wir haben viele Schwerpunkt gekauft! Ich hab mich nicht mit einem Schwerpunkt! Auch wenn ich mich ge 있는, ist es Und ich hab mich nicht mit einem Schwerpunkt! Ich hab mich mit einem Schwerpunkt auf! Hier? Link? Ja, du kannst dich weg. Hier, du kannst dich weg. Agent Radion. Achtung, du kannst dich weg. Achtung! Guck! 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 Agent Radion. Guck! 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 Warte, du schiffen! Guck! Warte, du schiffen, ne? Warte, du schiffst. Ne, ne, ich dachte erst, ob das mein geschützter Schadenzahlen anzeigt wird. Aber das lassen wir auch her. Auch ich dachte, hier ist es. da kommt eine linkser dronendose abpassen granat es ist eine medizinsche pomoß nein das denn hier oh da hinten ist ein Heiler das ist noch ein gelber Heiler das ist noch ein Heiler von Bein, Link, auf An Bein, Bein, Bein oh, fast woher die sind du kommst nicht mehr aus den Tegen hier sind wir dann heiraten oder jetzt kommt es Ich glaube ich habe einen neuen Barsch. Ich habe einen neuen Barsch. Ich habe einen neuen Barsch. Ah, die Dronen habe ich mal Sicher Ich denke, ich habe den Dronen 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 Dicke 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 Rucksack ist weg Prost Linke Ad Der steht nur im Highlighting Der Dronen Wurde die Dronen Schaust wieder Bescheidten sind sie Das müssen wir hier sehen Was müssen wir sehen Du kannst nur durch die Scheibe passieren Ja Ja Ah! Warten Heile! Da unten, vor mir sitzt Ah, ich geh doch noch sein, warum? Ich fühle mich Fett, drinnen, links Ich wieder, beleid, war drinnen, war dort im Mittelmein Fock, ich bin nicht links Achtung, Binks, kommt einer! Ah, jetzt fällt der Umfeld, nicht schnell. Feige. Das ist ein Heiler. Der wäre super, wenn man den erwischt würde. Die hauen nochmal Granaten aus. Ah, ich komme hier nicht mal weg, glaube ich. Irgendwo hänge, glaube ich. Irgendeine scheiß Kiste. Ah, den ist einfach. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Oder? Von rechts ist eine Dronendossidev, da drunter schießt drauf, da steht sich genau am grünen Links Heide, kommt rein, links Heide, links Heide Die kann Dronen spawnen und mit der Knarre schießen, alles gleichzeitig Nein, gleich nicht mehr, gleich nicht mehr, jetzt nicht mehr, jetzt ist es bald Der ist sicher, oder mit der Dronendossidev? Ja, das bekommen jetzt die Nater Was? Wahnsinn, oder? Nates Au Links, wo es eine Dronendoss ist, sind links, hinten, left Ja, wo es mir ankommt Ja, 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 es geht ums Lockieren, gell Hier ist kein Dronendossidev Warte, ich bin drüber Hat meinen Mercer noch geht Das schleppt sich noch auf die Fresse zieht Achtung, links kommt er gar nicht hier. Ja, kommt nicht hier. Heide, er ist noch hier. Da ist schon wieder so eine dämliche Trond. Ja, kommt wahrscheinlich überrecht. Ja, kommt überrecht. Losen-Fotsel ist da. Wundervoll, kommt rein. Ja, kommt überrecht. Wir sind gut. Du scheinst, dass wir noch einig sind. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Aber du pumpst ja wieder, gell, oder? Ja, ja. So, ich sag jetzt weg. Ich bin auch weg. Er ist wieder da. Ja. Die Hefse ist bei dem cooldown, gell. Ja, ja. Das wird aber schon schuldig machen. Jetzt dauert es. Servus, er braucht medizinische Hilfe. Alter Schwede, hey. Ich krieg eine Drohnenpsychose, ehrlich. Links kommt der Ding, äh, kann er dir? So, die Drohne tust du links, äh, rechts ist weg. Notiert. Da hinten der Heiler-Fotsel ist fast daut. Also dieser Heidbox-Fotsel. Muss man ganz kurz waffe wechseln. Das ist einer nelle Hilfe. Du bist sicher. Das ist die Drohne. Ach, ich bin weg. Also das ist der Hand. Was ist das? Kostet der Beweilung? Nein, direkt der Links ist weg. Schau. Du findest nicht wirklich. Einige Siegung. Das ist weg. Kornen. Wo ist denn der dronend, Lucy? Jetzt siehst du das Dave links, schau, hinten am Steg, direkt zum linken Container. Hast du es gesehen? Naja, ich hab's gesehen. Ich wüsste im hinteren Container. Hier links ist auch noch einer. Von links, jetzt siehst du das. Ja, man geht. Krass. Perfekt zwar. Die ist weg, die links. Die kackt. Da ist noch einer dronend, Lucy links. Links, oben gleich, Dave. Ja. Weg. Der Rucksack ist weg, hinter uns ist irgendwas. Nein, nein, nein. Verstehe, ich verstehe, ich gar nicht. Hopp, jetzt bloß keine Panik. Wir sind echt gut, soweit waren wir noch nicht. Ne, wer ist noch? Scheint es, als wäre es der letzte beschissen ist. Auch sitzt da an der 6. Ja, genau. Und weg ist er. Watt, 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 watt. Watt, komm wieder rein und lass mal kurz durchatmen. Wir sind durch, ne? Jetzt nur noch die beschissenen Boxen. Ah, nein. Die Boxen, oder? Ja. Pass auf. Wir müssen nur noch die Boxen. Wir können jetzt raus in den Container laufen und uns hinstellen und in Ruhe. Hier kommen wir aus rechts. Drehst du uns gut rein? Mal von rechts aus der linken Seite. Also aus dem Container, aus dem linken Container. Ja, ich kann mich mal da hinten hinschlagen. Aus dem linken Container kann man in einem stumpfen Winkel auf die Box schießen. Und auf dem rechten kann man, wenn man am Eck stehen bleibt, kann man drauf schießen, ohne dass irgendwer auf uns schießt. Aber jetzt kommt kein Aids mehr, oder was? Nein, jetzt nicht für den Schütze. Genau, ein Puls reingeben, beim rauslaufen Puls nur unbedingt. Dann lass uns doch 2er-2er-Kombo machen. Oder wollt ihr zusammenbleiben? Nein, es ist schon ok, 2 rechts und 2 links. Wir haben ja jetzt nur noch die Boxen. Und ich weiß, dass da links hinten aus dem Container kann man stumpf auf die Box schießen. Das doofe ist, die andere Box ist da hinten. Die ist da. Da muss man schon hoch zu dem dritten Geschütz. Und die hier, da wo die Muni-Kiste ist, da muss man sich hinstellen und von dort aus kann man... Genau, nach hinten, ja. Und dort kann man nur auf die Box schießen. Bleibt immer da stehen. Ich guck mal ob ich mit dem Zimmer wirklich rum war. So, pass auf, ich schieße dir mal Heilung hin. Ihr rennt da raus. Ich hoffe, ich spulge mir jetzt. Wo rennst denn ihr hin jetzt? Ich gehe mit Tuner. Ich bin durch. Ich bin der Box. Und jetzt Cover-to-Cover-Move. Heilung habt's. Also ich bin da, ich bin safe. Da kann dir nichts mehr passieren. Hier wo ich jetzt stehe, Anubis. Hier unten drunter. Du darfst bloß, wenn du zur Muni-Kiste läufst, triffst dich das Geschütz oben. Das schießt durch den scheiß löcherigen Boden durch. Und hier hinten ist die Kiste. Okay. Okay. Okay, mach mal. Warte. 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 Komm, schau. Wie hätte man das mit deinen zwei Flapos jemals gestern schaffen können? Nein. Was sind wir nicht durch? Ich muss jetzt nur mein Set wechseln. Wird ein bisschen mühsam jetzt, aber es wurscht nicht. Ich weiß nicht nicht, wie ich auch nicht verstehe. Ich verstehe den Poster. Ich verstehe den Poster. Ich verstehe den Poster. Ich muss mich schon mal wissen. Warum muss ich den Poster nicht damit machen? Ah, dann kannst du es hier. Ah, okay. Pass, dann mal, solltab schießen. Jetzt muss ich so spielen. Ich muss mal gucken. Das, wenn wir mal kurz hier attacken, müssen wir mal was probieren. Ja, mach, mach, mach. Aha, Alter. Da, wo der Sotyship bewegt. Also, wir haben hier schon fast die Hälfte weg. Echt? Ah, ja. Ich schießt hier drauf. 2 Wessel. Ah, ja. Okay, ich soll kein bisschen schießen. ', lect grey. Ah, ich soll das jetzt verändern. Ja. Ah, nein. Ich soll das jetzt ver cheating. Mach, mach, mach. allen titel haben wir weg dauert zwar ewig beschissen aber es geht ja also schwachsinn es gibt ja auch die möglichkeit aus dem raum oder aus irgendeinem container kann sich ja nicht darauf konzentrieren die dinge schnell weg zu schießen weil ich habe mich schnell weggeschmissen du kannst gar nicht naja aber drittler haben wir schon weg auf die tipp auf die tipp wir haben das eine dinge platt gemacht das andere geschütze steht da oben der kasten ist aber da unten wir müssten darüber da ist doch so eine kleine einbuchtung da diese wand ist vorsprung wir müssen uns da an die wand lehnen und da auf die kiste schießen damit uns das beschissene geschützene trifft ich versuche das jetzt zu stören ich laufe jetzt mal los und störe das ein bisschen hier auf jeden Fall ist viel größer im kasten ich schieße noch mit der kugelhöhle voll gas hab ich gar nicht naja 400.000 500.000 öfters weg ich habe tatsächlich die kugelhöhle nicht einstecken was für ein faux pas schieße ich mit der raverness du willst du deine kugelhöhle kriege ich immer in underestim deine ex police also einst das faktor der mensch ist alles die alte combo und der hälfte sind wir schon ich brauche ihn noch lange ich kann es ruhig zerstören ich warte dann Okay, du wartest, wir machen weiter, ist klar. Meinst du, wenn sie eh faust, die holen wir schon an, wenn die eine. Ich glaub, er hört nie wieder was von. 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 Ich lasse das mal schnell. Dann geht er zum BBB. Ich komm noch über euch, wunderschön. Ich hab's euch. Was kommt was? Nee, nee. Aber der Dave ist gerade rausgeflogen und wir haben nur mit den Geschwitzen zu zerstören. Okay. Das wär bis zum Klerbind gehen. Eiger ist fertig? Oja, unser, ja, mein ich. Alter. Warum kommt der Looter immer bei mir? Der Loot droht immer bei jedem so von uns. Ach so. Jetzt helfen wir schnell dem Heiko, bevor der Dave kommt. Jetzt komm ich rein. Bevor der Dave kommt, gell? Jetzt komm ich rein und komm für die Geräte. Pass auf. Das Gute hier ist, Heiko, du kannst ja auch jetzt, weil die anderen Geschütze weg sind, kannst du hier nochmal stehen. Du bist da durch das Ding vor deinem Geschütz geschützt. Ist jetzt aber kein Problem. Also so wie ich da sitz, hast du den Bullenblick drauf und kein Schütz. Passiert dir überhaupt nichts. Und kein Geschütz. Dave ist wieder da. Passt. Attacke. Ja, warte mal, ist er faktisch sichtbar? Ja, okay. Er steht, er erlaubt ihr. Luftkissenboot habe ich bekommen. Ja, und der Bock. Ich nicht. Nein, ich nicht. Da ihr da drunter ist, hat ja die Invasion einfach gespürt. So, dann jetzt nochmal. Jetzt schnell die Invasion durch und dann nochmal hier rein. Ich mach mal das Tor. Essay ist aber noch nicht so schwierig, oder? Ja gut, jetzt haben wir es einmal durch. Ich meine, jetzt ist der Bun gebrochen. Fertig. Du musst auch bedenmen, wir sind ja keine Leppos. Ein bisschen, glaube ich, können wir auch spielen. Ja, das war jetzt halt das erste Mal. Ich meine, wenn du den Konten nicht kennst, dann kannst du... musst du halt erstmal durch, ne? Kann ich aus der Decke raus? Warte mal, ich schmeiß mal ein Hive. Warte, ich pull's mal. Alter. Achso, wie hat denn der gekriegt jetzt? Achso, ich bin ja da auch rausgeflogen, gell. Ich habe nur einen Boss gespielt. Zwölf Kills. Dave Null Kills, ja. Ja, was? Was ist denn mit dir los? Eigentlich muss man doch fotografieren. Hauptsache abgesnackt hier. Was? 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 Ja, siehst du, das ist eigentlich die beste Kombo, siehst du auch. Von den Kills und so. Du brauchst den Heiler, sonst ist der natürlich DPS die da ja auf am Arsch. Siehst du, siebsten Wiederbelebung nur, geht ja noch. Seid ihr fertig, oder was? Ja. Ja, gerade eben. Ja, GZ. Der Sargent, der hat einen Hacker, der hat 82% Präzision. Da hat irgendwas am Laufen übrig. Ja, ist glaube ich ein Aim-Bot aktiv, du. Ey. Nein. Und hab das gedacht? Ja. Das ist so bescheuert, das Ende. Ja, ehrlich. Ja, das müssen wir fixen, Alter. Das ist ja einfach nur Albin. Seid ihr da jetzt noch da? Ja. Ja, ja. Äh, also wir machen jetzt, das kann noch 15 Minuten dauern, bis wir starten. Oder 10. Kommt drauf an.